Gemeinsame Villa bauen, oder? Aber hier drauf, weil von hier aus ist ja die Aussicht so pornös. Ja, und dann das hier wegmachen. Ja, genau. Manchmal weg. Ja, aber eben so. Ja, ja und? Ja, und? Ist ja nicht so viel warm. Natürlich. Dann haben wir schon ein paar Rohstoffe. Hoffen wir es. So, gleich holen wir auch Gast 2 dazu. Und sonst sagt er so, ja, ihr holt mich ja eh nicht dazu. Und das geht halt so. Ja, und du ihn auch nicht dazu. Ach nee? Ja, nur 15 Minuten oder so. Und dann sagen wir, ja, jetzt müssen wir auch ausmachen und so. Und dann geht er auch. Und dann sagt er so, ja, okay. Oh, guck mal, da unten ein Slime. Ein Slime. Ich schau, den muss ich nicht nutzen. Ob ich da rüberkomme? Aua. Wenn ich das schaffe, tot aus. Okay. Hast du das geschafft, oder nicht? Ey, ich hab's geschafft. Ach so. Oh, scheiße, da laufen ja Creeper rum. Diese verunstalteten Viecher. Die Creeper. Aber ganz ehrlich, das fehlte nicht mal ein Block. Gibt's jetzt halbe Blöcke in 175? Ja, gibt's auch schon vorher, ne? Slaps und so. Die so halb in der Breite sind, weißt du? Nicht in der Höhe, sondern so. Alter. Alter, alter, alter. Ey, du Scheiß-Skelett! Ich wirf dir gleich dein... Junge, muss ich dir erst meinen Schlängel entgegenschmeißen, oder? Alter. Ich muss hier weg. Ehrlich. Jetzt geht's hier schon in der ersten Folge los, ey. Er ist so, Alter. Nein, 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 oh, das Skelett hat meinen Steinschwell aufgesammelt. Wie das? Hast du das weggeworfen, oder was? Ja, ich bin ja gestorben, ne? Ach so. Ich hab gedacht, du kämpfst mit dem Skelett, dir ist das einfach so weg. Oh. Ich komm mir jetzt nicht unter Wasser holen. Ne, also ich muss das hier nochmal erzählen, damit, äh... Survival Games, ne? Die Runde wollten wir eigentlich, äh, haben wir aufgenommen. Ja, das überlebe ich. Aber, und wollten wir hochladen, aber wir haben's noch doch nicht hochgeladen, weil die einfach viel zu scheiße war. Ne? Alter, was? Ja. Finde ich auch. Bin ich der gleiche Meinung. Ach, lol! Ach, das... Ha, 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 das Skelett wirft jetzt, oder, ähm, haut jetzt nicht mehr, weil's ja hier Dingens hat. Schwert? Weil's ja jetzt ein Schwert hat, ja. Das schießt jetzt gar nicht mehr mit Fair and Burn. Boah, Alter, ich hab nur ein halbes Herz, Alter. Sieht voll gut aus für mich. Ich baue mich jetzt hoch, ihr kennt mich alle mehr! Nein, 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 mein ganzes Holz, oh. Ha, was mach ich jetzt? Scheiße, jetzt steh ich hier. Ähm... Komm, wieder hoch, ich hab genug Holz und genug Stein. Ja, witzig, wie komm ich denn bitte wieder hoch? Ich schaue jetzt hier rum, bis ich verbrenne. Und dann haue ich die noch einmal. Hast du Sachen, äh, hast du genug Wolle für ein Bett? Drei, ja. Hm, wir haben immer Betten bauen, dass wir spawnen. Und dann... So, fällt mal runter. Los, fall runter. Fein. Fein. Ich mach mir jetzt hier durch die... ...Gegend, Baron. Schnell, Holz, Holz. Ganz viel Holz. Oh, Holz. Ey, du, Holz, ey. Kein Harz, sondern ein Wulzer. Ja, ich, Holz, ja. Ich, Holz, ja, Roller, ne? Weißen, wegen Harz, Roller und so. Man machst du nicht rein, den Führerschein? Ja, bald. Wenn ich... ...den größeren Führerschein mache, oder wie? Näh. Ich brauche die große... Ich, äh, brauch die großen Führerschein nicht. Ich würde auf jeden Fall Moped einfach haben. Wenn ich schon mehr Motorrad... Ja, wozu eigentlich? Wozu machst du denn den... ...Mofaschein? Es ist ja auch eigentlich nur eine Prüfbescheinigung, ne? Ist ja kein Problem. Ja, dass ich... Wenn du jetzt schon Fahrpraxis... Wenn du jetzt schon Fahrpraxis hast... Oh ja, ich... ...und dann nächstes Jahr den großen Führerschein machst, dann ist Theorie... ...und Praxis gar kein Problem mehr. Weil du das einfach schon kannst. Also... Ja, darum geht's doch gar nicht. Es geht doch um das Geld. Es, äh, es interessiert mich doch den Scheiß, ob ich das dann kann oder nicht. Hallo? Kohle? Was kostet denn so ein... Allein das Motorrad kostet ja schon um die 2, 5. Wenn du ein Vernünftiges hast. Weil da will ich nicht so eine Schlotterkiste. Und dann der Führerschein selber kostet ja auch nochmal 1,3 oder... Hä, nein. Der kostet 300. Wo kostet der denn 300? Hä, das ist ja der 50er Rollerführerschein und ich höre mal ein 50er Motorrad. Ein 50er? Das dann für 45 zugelassen ist und 80 läuft. Also 50 Kilowatt oder was? 50 Kubikzentimeter, Hubraum. Achso. Okay. Ist das nur 125er oder was? Ne, 50er. Ja, 125 Kubik... Äh, nicht Kubik... Äh, Kilowatt oder... Äh, meine ich. Hä? Kilowatt und... Kilowatt? Wieso Kilowatt eigentlich? Äh... Hä, wieso holst du dir denn dann nur ein 50er? Weil ich damit nichts anderes fahren darf mit dem 50er Rollerführerschein. Ja, warum machst du denn dann einen 50er Rollerführerschein? Weil der 125er Motorradführerschein 1200 Euro kostet. Hab ich doch gesagt. Ja, ich dachte, wir reden hier über ein Motorrad und nicht über so einen scheiß Roller. Hä, das ist ja auch kein Roller... Ja, das ist ein Rollerführerschein, aber das ist ja kein Roller, den ich mir hole. Ja, und selbst das Roller... Äh, und selbst das Motorrad... Wie viel willst denn du dafür bezahlen, sag mal? Was kosten so'n Ding? Zu viel. Deutlich. Och, nee, jetzt regnet das. Ich hab übrigens Cheats an. Also, ne? Für schlechte Tage oder so. Wow. Du weißt ja, was geht's, Cheatsch! Stirb! Alter! Ich geh ja schon, ich geh ja. Lol, wie du, wie du, wie du... Wie du alles... Nein, komm doch jetzt her, du Spasti! Nein! Ich wollte dich... Ich wollte dich vorher noch boxen. Alter, guck dir mal den Creeper hier an, wie der auf der Kippe steht. Na, den Creeper? Ja, da bist du gefallen. Oh, jetzt ist er turd. Achtung! Kuh, voraus! Nein, es ist Slime, ich brauch den Slime. Jetzt weiß ich auch, warum ich da vorhin runtergesprungen bin. Ich wollte ja den Slime. Wo bist du? Slimey, ha... Slimey, Slime, Slime! Oh, Monsterjäger. Er ist so, Alter. Doch, so hart. Ich hab einen Lümmel, der geht bis zu... Zum Mond geht der, Alter. Ah, jetzt seh ich dich. Oh, da schmatscht schon wieder irgendwas rum. Sag mal, spawnen die Dinger seit neuestem im... Äh... Im Sumpf. Ach, nee, ich meine, im... Wie heißt es denn? Berg? Nein, im Wasser! Im Berg, im Sumpf. Nee, aber das ist ja nah am Sumpf. Die spawnen ja im Sumpf. Ja, die spawnen aber im Sumpf, im See. Normalerweise stellen die doch im Wasser, oder? Kriegen noch keine Luft. Mein ich. Wir müssen auf jeden Fall Namensschilder finden. Du kannst es Slime benennen, oder was? Nee, wir müssen... Einen... Äh... Auf den Kopf stellen. Und einen... Äh... Regenbogenfarben scharf machen. Okay. Das ist so die Aufgabe, die ich mir so stelle. Aber das mache ich mittlerweile in jedem Spiel, was ich so spiele, also... In jedem Minecraft-Spiel. Letztens habe ich es sogar einmal geschafft, in einer, ähm... Pilze-Server-Runde, also in einer, äh... MCHG-Runde. Ja. Ähm... Namensschild zu kriegen. Und ein Schaf benannt. Aber mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie das, äh... Geht, also wie das heißt. Damit das so wird, wie es werden soll. Jeb, genau. Ja, Jeb, ne? Jeb, ne? So, hier machen wir eine ganz kurze Pause. Bis gleich. So, damit haben wir herzlich willkommen zurück. Eben kurz wieder hier. Ja, da wäre ich ganz fürs mal pissen. So ziemlich hart, ey. Aber ganz ehrlich, ne? Der Ausblick auf diesen Wasserfall und so. Das ist so krass. Äh, ist ja Backrad voll bei mir. Ja, der ist nur voll am Aufbauen. Der... Der... Ja, der... Der belegt grad noch die... Die Welt... Generiert die, ne? Das kann sein. Der ist ja noch ein bisschen legt. Jetzt müsste ich jetzt aber gleich aufhören. Hier steht Kürbisse. Das ist toll. Kürbisse zu sehen ist toll. Man greift ein... War das nicht irgendwie so, dass Enderman eigentlich mehr angreifen will und Kürbisse aufsetzt? Ja. Über welche Art war das noch her? Kürbisse sind seltener als Diamanten. Ja? Ja. Warum sehe ich denn... Warum habe ich denn... Hä? Ich sehe doch jetzt schon wieder Kürbisse. Wie können Kürbisse seltener als Diamanten sein? Wow. Alter, ich habe nichts zu fressen, wa? Das nervt doch mal so krass an. Boah, ich muss immer noch hier einen Block... Ja, ich merke es. Das ist bei Blöckenabbau und so, ne? Man. Mal Pizza essen. Was ist denn da los, Alter? Soll ich den Dingens mal neu starten? Mhm. 5, 7, 1, 8, 9. Jetzt geht's, ne? Ja. Alter, ich habe schon wieder so viel Leben, ne? Das ist ja Hammer. Ich habe so viel Leben... Ich habe weniger Leben, als ich Finger an der Hand habe, ey. Also weniger als 1? Sorry. Ja, weniger als 3. Mehr als 1. Leute, was ist mit der Kuh los, Alter. Von der Speed-Kuh, Alter. Kann ja eben erstmal ein bisschen Messgeraucht haben. Ja, ich habe jetzt vor kurzem auch, äh, das erstmal Messgeraucht mitgenommen. Das ist ziemlich geil, muss man einfach mal so sagen. Das Schlimme ist ja, man weiß nicht, ob ich das wirklich getan habe. Ja. Einige trauen es mir zu. Ich auch. Du wärst sowieso, ey. Ja, ich wärst sowieso, ja, eben. Für dich dürfte es doch eigentlich nichts Neues sein. Machst ja auch immer mit. Du rauchst ja wie so ein, ne? Wie so eine Heizung. Die kaputt ist. Ich habe gerade auch so gemacht. Moment, macht das jetzt Sinn? Ja, doch. Also meine Heizung raucht nicht, auch wenn sie kaputt ist. Ja, klar. Junge, ganz ehrlich. Als wenn eine Heizung nicht raucht. Da kommt doch oben aus dem Schornstein ganz viel Rauch raus. Das hier raucht den Heizung nicht. Alter, ne? Bei meiner Oma. Ja. Ist mal ein Heizkörper kaputt gegangen und so ausgelaufen, weißt du? Voll gut. Und dann hat sie die Versicherung gerufen. Versicherung! Versicherung! Dass sie sich den Schaden anguckt, die Versicherung. Aber bevor die Versicherung kam, hat meine Oma da einfach noch so ein Eimer Wasser in die Ecke gekippt, dass es heftiger aussah. Und hat einfach mal mehr Geld bekommen. Eigentlich doch voll die geile Idee, ey. Ja, finde ich auch. Muss man nachmachen, liebe Kinder. Ja, wenn ihr zuguckt. Wenn ihr mal eine Heizung kaputt macht, einfach noch ein Eimer Wasser hinterher schicken und dann die Versicherung rufen. Rufen. Ja, nicht anrufen. Rufen. So. Versicherung! Versicherung! Ich habe einen Rohrbruch! Hilfe! Und dann kommen schon irgendwelche Leute und sagen, jo, jetzt kriegst du mehr Geld. Oh Gott. Nein, es reicht Silas. So. Oh Gott! Oh! Ja, so ist das nämlich, wenn man eine Banane isst. Warte mal. Ich kann nicht wieder her! Ja, so. Boah, alter Unspaß, ne? Ich kann ja nur betonen, wie geil das ist, wenn man... ...sein PC so richtig gut, ne? Und so. Ich habe meinen PC letztens auch erstmal mit CC Cleaner und sowas bearbeitet. Jetzt haben wir erstmal 90 FPS durchgehend. Ja, ja. Man muss die Luftfilter mal sauber machen. Die habe ich immer sauber. Die habe ich immer sauber. Jedes Mal, wenn ich bei meinem Zimmer durchsauge, und das ist durch... ...Mutter, durch meine Mutter, äh...